Die demokratische Frage in Russland Die Frage der wirtschaftlichen Dynamik belastet nicht als einzige Russlands Zukunft. Die andere, grundlegende Unbekannte ist die Fortentwicklung des politischen Systems, das niemand als demokratisch und liberal bezeichnen kann. Die westliche Presse und das Fernsehen führen uns täglich in Schrift und Bild vor Augen, dass die Medien in Putins Land einer regelrechten Gleichschaltung unterzogen wurden. Fernsehsender und Zeitungen wurden von der Staatsmacht der Reihe nach auf Kurs gebracht, auch wenn die westlichen Beobachter zuweilen einräumen müssen, dass nicht die Abschaffung der Pressefreiheit angestrebt werde, sondern eine drastische Einschränkung der Macht der Oligarchen, die in der pseudoliberalen Anarchie der Jahre 1990 bis 2000 hochgekommen sind. Ein staatliches Fernsehmonopol, das umstritten war und gebrochen wurde, gab es vor nicht allzu langer Zeit freilich auch in Frankreich, obwohl kein vernünftiger Mensch das Land unter de Gaulle als auf dem Weg in den Totalitarismus beschrieben hätte. In Russland herrschen ein starker, nach allgemeinem Stimmrecht gewählter Präsident sowie ein weniger mächtiges, aber ebenfalls demokratisch gewähltes Parlament. Außerdem gibt es eine Vielzahl von politischen Parteien, die wie in Frankreich und im Gegensatz zu den USA eher vom Staat als von den großen Konzernen finanziert werden. Drei grundlegende Kräfte lassen sich unterscheiden. Eine kommunistische Partei, ein Regierungszentrum und eine liberale Rechte. Wie die japanische hat die russische Demokratie nicht die klassische Form des angelsächsischen Typs mit wechselnden Regierungen angenommen. Sollte sich das augenblickliche System stabilisieren, können wir von einer Anpassung der Demokratie an einen auf die Gemeinschaft ausgerichteten anthropologischen Hintergrund sprechen. Die russische Demokratie durchläuft sicherlich eine Phase, in der die Zentralregierung die Zügel wieder stärker anzieht, eine notwendige Entwicklung nach den Jahren der Anarchie 1990 bis 2000. Putins Regierung führt in Tschetschenien an den Außengrenzen der russischen Föderation einen schmutzigen Krieg mit Methoden, die man zu Recht anprangern kann. Aber angesichts der zahllosen ethnischen Minderheiten innerhalb der Föderation muss Russland gleichwohl das Recht zugebilligt werden, Tschetschenien zur Ordnung zu rufen, weil sonst die endgültige Auflösung der Föderation drohen würde. Die Aktivitäten der CIA im Kaukasus in den letzten zehn Jahren und die Stationierung amerikanischer Militärberater in Georgien geben dem Konflikt in Tschetschenien eine internationale Dimension. Was dort stattfindet, ist eine Konfrontation zwischen Russland und Amerika, wobei beide Mächte für das menschliche Leid gleichermaßen die Verantwortung tragen. Wenn wir Russland beurteilen wollen, müssen wir die kurzsichtigen Tageskommentare beiseite lassen und einen weiteren Blickwinkel wählen. Es gilt zu erfassen, was Russland in zehn Jahren inmitten gewaltiger wirtschaftlicher Probleme und sozialer Leiden geleistet hat. Das Land hat das umfassendste totalitäre System, das es in der Menschheitsgeschichte je gegeben hat, aus eigener Kraft abgeschüttelt. Es hat seine osteuropäischen Satelliten und dann auch die Balkenstaaten sowie die Republiken im Kaukasus und in Mittelasien ohne Gewaltanwendung in die Unabhängigkeit entlassen. Es hat das Auseinanderbrechen des russischen Kernlandes, die Abspaltung Weißrusslands und der Ukraine akzeptiert, ohne dass die großen russischen Minderheiten in den meisten neu entstehenden Staaten dabei als Hindernisse angesehen worden wären. Diese Entwicklung darf zwar nicht verklärt werden, denn es ist durchaus hervorzuheben, dass Russland keine andere Wahl hatte und diese jetzt im Ausland lebenden Minderheiten eine Chance für die Zukunft darstellen. Aber auch vor diesem Hintergrund hat die russische Führung bewundernswerte Intelligenz und großen Sachverstand bewiesen, weil sie nicht auf die einfache Lösung einer sofortigen, aber sinnlosen Gewaltanwendung setzte, sondern auf eine ferne Zukunft.